so ein weiteres spiel in der efl championship liga steht an ich bin der fangehmer das ist karriere von fifa 18 wir werden jetzt hier mal church wieder auflaufen lassen auch doch doch ja 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 Platz 5 ist alles noch möglich. Man hofft es nicht. Stangenschuss. Tschinneli. Ich habe kein Falt hier, Böse. 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 Ich denke mal, Church wurde hier zurückgehalten. Der Pass zu Williams wurde verhindert. Das wird rot bedeuten. Ja, musste für Hypercam die Notbremse ziehen. Oh, blitzen. Rote Karte und ein taktischer Wechsel. Jetzt heißt es 75 Minuten durchhalten. Jetzt! Church zum 1 zu 0. Setzt sich hier durch. Aus Spitzenwinkel. Schöpfe. Oh, Stange. Warte, die rote Karte, der Weckruf. Oh, Schulte, Alter, du bringst nichts. Oh, Schulte, Alter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Soll er auch noch ein paar Spiele spielen, bevor er den Klub verlässt? Bei Einsatzminuten. Oh! Sie beteln um den Ausgleich. Soll er auch noch ein paar Spiele spielen? Soll er auch noch ein paar Spiele spielen? Soll er auch noch ein paar Spiele spielen? Happy birthday to Nathan Walker, celebrating his birthday today from Dan and Lucy. Okay. Soll er auch noch ein paar Spiele spielen? Die Seite von Lincoln City. Es muss eher verteidigt werden jetzt. Soll er auch noch ein paar Spiele spielen? Soll er auch noch ein paar Spiele spielen? Ja. Soll er auch noch ein paar Spiele spielen? So, man nimmt den Stürmer raus. Soll er auch noch ein paar Spiele spielen? Soll er auch noch ein paar Spiele spielen? Mike. No? Ja. Yes! Yes! Hineingenudelt! 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 Aber wurscht! 2 zu 0! Bisschen Glück, Chinele schießt hier den Verteidiger an, kommt nochmal zum Ball und kann so nochmal einnetzen. Ausgegangen ist das Ganze von Huang Po, der den Ball noch in die Mitte gebracht hat. Williams einen weiten Weg laufen. Ausgegangen ist das Ganze für den Breitner-Low-Albion. Ausgegangen ist das Nr. 17, Ashland-Arles. Ausgegangen ist das Nr. 10, Turner-Hennend. Ausgegangen ist das Nr. 10, Turner-Low-Albion. Ausgegangen ist das Nr. 9, Jonathan Gorge. Die Räferee hat gesagt, dass es ein Minimum von 3 Minuten hat die Zeit gegeben hat. Ja, zu 10, 3 zu 0 gewonnen. Das war aber nicht leicht und nicht klar. Und auch nicht selbstverständlich. Marisis City-Rot musste für Hebrickham ausbessern. Aber Lincoln City setzt das erste Lebenszeichen in Form von George mit dem 1 zu 0. Dann ist lange Zeit nichts, aber es wird nachgelegt. George schießt hier vorbei. An die Stange. Ja, viele, viele Chancen hatten Sie. Und das Becher auf ihrer Seite, dass nichts reinging. Aber hier glücklich, Chineli zum 2 zu 0. Eingeleitet durch Hueng Bowen, der wieder auf seine alte Position gerückt ist. Und nochmal Chineli, der Forte wunderbar bedient zum 3 zu 0 Erfolg. Unglaublich, aber was? Sie haben doch noch gewonnen. Ich bin der Fanggeber. Macht das gut. Bis dann. Ciao und baba.